So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein auf einen Creator Code, hängt da irgendwo, so, Item Shop und Abfahrt, zack, zack, zack. Denkt dran, ihr wisst ja, wenn ihr einen Creator Code benutzt, dann gerne meinen benutzen, YT-Family Egg. Und egal, ob ihr meinen benutzt oder einen anderen, aber benutzt auf jeden Fall einen. Und was sagen wir zu diesem Skin? Ist natürlich Banane, ist allseits bekannt, aber der Stil ist natürlich nice, aber die hätten es wirklich in der letzten Season machen sollen, nicht in der jetzigen. Ist so meine Meinung. Jetzt sind sie in meinen Augen einfach nur Season zu spät. Der hat eigentlich jetzt überhaupt nichts in der Season zu suchen. Naja, gehen wir mal gucken, was weiter sonst heute noch drin ist. Dann Gladius des Chalots. Ah, ist okay. Ja, das ist so ein Skin, ich habe ihn damals mal gekauft und habe ihn wieder zurückgegeben. Aber ist trotzdem immer noch ein schöner Skin, aber halt auch nicht der Burner, sah ich jetzt mal schlechthin. Und des Weiteren die Kupferwespe immer wieder drin. Auch inzwischen so alt, der ist drin. Und dann natürlich heftiger Hieb. Und die Stachelagierung. So, was haben wir noch drin? Scharlach, Scharlach Kommandantin. Oh Gott, sprech das Wort mal aus. Scharlach Kommandantin. Scharlach Kommandantin. Oh Gott. Er ist auch wieder am Job drin für 800 Rieberwals. In des Weiteren pünt gute Elite. Oh, Schreckenfade. Ich glaube, der Skin ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, da war ich nicht aktiv. Und dann natürlich die männliche Variante. Ja gut, aber die oben haben wir halt schon so oft gehabt. Ich glaube, den haben wir in blau, in grün, in rot, in allen Varianten. Ist okay, aber nein. Und dann natürlich die passende Pickaxe dafür für 1200 Rieberwals. Das war's schon wieder. Das waren unsere... Nee, Gott, Gott, Gott. Wir sind hier noch. Ganz schnell wieder raus. Dann der Rex. Immer noch ein schöner Skin. Aber in meinen Augen halt einfach zu vorher. Aber OG ist schlechthin. Und dann haben wir Safari wieder drin. Ich finde ich immer noch ein schöner Skin eigentlich. Das Gesicht, vor allem das Gesicht ist halt mal anders. Und dann haben wir die Schlagsäge drin. Natürlich immer noch in zwei Varianten. Daumen hoch. Daumen runter. Und das hatten wir eben schon. So, dann, ihr wisst ja, die alten Sachen sind immer noch ein Schock. Master Chief, Street Fighter. Ich denke mal, weil die ja überall 19 Stunden steht. Ach nee, das steht ja immer da. LOL. Ich denke mal, die werden irgendwann endlich mal rauskommen. Weil es ist ja einfach zu viel im Shop. So, Joker-Paket auch drin. Mida ist noch drin. Dann das Fortnite-Coup-Paket ist auch noch drin. Aber ansonsten, Latsch haltet ihr Kriter an. So, denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Y&T-FamDiag. Jetzt geht es erstmal um die Gratis-V-Bucks. Dafür müssen wir natürlich wieder in Rettet die Welt rüber. Heute gibt es eine V-Bucks-Mission. Auch für die Anfänger. Also, wenn ihr Rettet die Welt noch nicht so viel gespielt habt, diesmal werdet ihr auch immer V-Bucks abbekommen. Müssen wir mal gerade rüber gehen. Er kommt ein bisschen schneller, mein Freund. Ah, ein bisschen schneller. Und? Krieg ich was? Da war ich eben schon drüber. Nee, er ist am Sonntag. Sonntag kriege ich wieder wieder Pro-Coup-Bucks. Schmeckt. So, wo müssen wir hin? Richtig, ab in den Steinwald. Und welche ist es? Die nicht... Ah, da, die Busaufgabe. Heute leider nur 25 V-Bucks. Aber besser 25 V-Bucks als wie gestern. Gar nichts. Dann geben wir mal schnell kurz einen Schopf. Aus diesem Hals bin ich geschnitzt. Das bringt einen zum Nachdenken. Dann tägliche Aufgaben. Da kriege ich noch 50, 50, 50. Also nochmal 150 V-Bucks. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Tag. Wie gesagt, gerne einen Like da lassen. Ihr kennt das ganze Spiel ja schon. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.